hallo zusammen heute kommt man wieder ein luftgewehr video aber ein luftgewehr video der anderen art diesmal nichts mit schießen sondern mir ist passiert ja irgendwie manchmal glaubt man es der teufel hat es gehört ich wollte letzt an den skistand gehen wollte die walter rain auffüllen ihr kennt es ja ich fühlte sie über bresluftflasche quickfill rein bresluftflasche aufgedreht irgendwann macht so und sie hat druck abgeblasen vorher ist noch nie irgendwas gewesen sie hat dann druck abgeblasen bis etwa 60 bar und bei 60 bar hat sie sich dann gehalten ja wäre das nicht schlimm genug danach habe ich die weihrauch habe 100 genommen habe gedacht gut nimmt sie die zum schießen auch an die bresluftflasche angeschlossen quickfill natürlich den richtigen quickfill genommen gefüllt drehauf und irgendwann hat das pump gemacht hatte auch abgeblasen allerdings die hat dann bis 150 bar hat sie den druck gehalten keine ahnung das alles innerhalb von fünf minuten so warum das so ist ich kann es euch nicht erklären die bresluftflasche hatte ich vorher beim tüffen die ist frisch getüft gereinigt worden frisch gefüllt worden ja hatte ja im grund war es jetzt zweite mal dass ich die bresluftflasche benutzt habe jetzt habe ich natürlich versucht bzw ich werde jetzt versuchen die umarex die walter rain auseinander zu bauen ich selbst muss aber gestehen ich habe keinerlei erfahrung also ich habe noch nie pressluftwaffe zerlegt ich mache das jetzt das erste mal ich hoffe es geht nichts kaputt wenn ich den ganzen krempel tun den schuhkarton und schmeißen fort nein im ernst jetzt also ich werde es versuchen ich werde es ein bisschen filmen traurigerweise habe ich kein einziges video dazu gefunden wo ich jetzt gedacht habe bin ich jetzt der erste dem so undicht wird ja ansonsten die waffe ist baujahr oktober 2018 so steht es auf der auf der kartusche drauf ich selbst habe sie aber in der corona zeit ich weiß gar nicht wann das war war das 21 oder so habe ich sie gekauft sie war wohl als vorführwaffe war es oder 20 20 war es glaube ich ja sie war als vorführwaffe deklariert und habe sie hat zu einem wirklich guten preis gekriegt naja jetzt werden wir mal schauen woran es liegt und ob ich sie wieder hinbekommen ich halte euch auf dem laufenden und bis später und tschüss so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020